Alle Kinder lernen in der Schule das Alphabet buchstabieren und lautieren. Doch was ist der Unterschied? Du siehst einen Ball. Ich buchstabiere das Wort. B-A-L-L Jetzt lautiere ich. B-A-L-L Mein Name ist Ben und für dein perfektes Deutsch lernst du heute das Alphabet lautieren. A-Apfel A-Acht B-Banane B-Baum Diesen Buchstaben kannst du als K- oder C- aussprechen. Computer Send Clown Cello D-Dose D-Drei Auch für diesen Buchstaben gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal I-E und einmal I-E I-E Erdbeere I-E Wecker Wecker Erdbeere Wecker F-Fisch F-Fünf G-Grün G-Gabel H-Hut H-Hand H-Hand I-I-Glu I-Igel I-Igel I-Joghurt I-Junge k, Katze, k, Kalender, l, Lampe, l, Lama, m, Mund, n, Hammer, n, Nase, n, Neun, o, Orange, o, Obst, p, Paprika, p, Panda, kuh, Quark, kuh, Qualle, r, Rot, r, Re, z, Salat, z, sieben, t, Tiger, t, Teller, u, Bunt, u, Uhr. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du diesen Buchstaben aussprechen kannst. Einmal wie ein F und einmal wie ein V. V, F, Vier, V, Violine, V, Wahl, W, Wolke, X, Xylophon. Für diesen Buchstaben gibt es drei Möglichkeiten. Am Anfang eines Wortes wie ein J, im Wort wie ein Ü und am Ende eines Wortes wie ein I. I, I, Yacht, Ü, Gymnasium, I, Handy, Yacht, Gymnasium, Handy, Z, Zebra, Z, Zehn. Jetzt weißt du, weshalb ich mit meinen Schülern immer das Lautieren und Buchstabieren lerne. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben Tschüss, bis zum nächsten Mal.